ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Marc startest du mal? Ja ich habe gemacht, ich bin easy Ich glaube Marc ist gerade da Bin da doch! Ja dann starte doch du Fack! Arlo und hab einen einstellen! Nein! Achso ja ich gemeint Hast du den Mund eingestellt? Jaa Ich packe jetzt ne richtig krasse Scheiße aus Oh nein Deine Begrüßung nicht vergessen Ah ja Das ist deine erste Folge Du bist nur auf Brot oder so Und warum ist das meine erste Folge? Weil du Scheiße bist Nein weil der Philipp scheiße ist Richtig Ich habe das auch nicht gemacht Ja ich bin mit dem Philipp Oh ne der Marse Nur dass ich nicht mehr weiß wie die Schleuerung funktioniert Ich will nämlich gerade irgendwie wie ein Skow Das Messer wechseln zum schnelleren Oh wow wow Schaut mal den Ich will übrigens nur noch sagen Ich hatte noch nie ein MW2 Lebo waren die Hinter dir Was Danny? Das habe ich auch gesagt Ne ich hatte in MW2 noch nie das gute Mikrofon Da drauf erstmal weiße Ader Da drauf erstmal gute Mikrofonqualität Ja das sieht der Ja das sieht der Aber jetzt wird Mikroverstärkung rein und das ist bereits helles Da bricht wahrscheinlich das Glas vom Motor Obwohl der gar keine Stolwürge Das tut's wahrscheinlich Spielhelfen Obwohl der gar keine Stolwürge Und trotzdem habe ich dich nicht getötet Das war eindeutig schlecht Ja ich habe genau so wie ich nicht troffe Warte wie legt man sich hin? Wie legt man sich hin? Äh das war mit G und auf der Boden gucken Ja da habe ich zwang drauf Nein ich wollte gerade jumpen Jetzt guck mal was ich auspackt habe Jetzt guck mal was ich auspackt habe Du bist so lustig Ne wie legt man sich hin? Oh nein Philipp Oh nein Hä wie legt man sich hin? Ich weiß es nicht Einmal mal aus Es der AG du Fischkopf Achso Der wollte irgendwie das vorhin machen Einer ist raus Bist du ein Faggot? Heliport Mit UMP Mit UMP Ja ich auch Alter Warum hat das nicht getroffen? Das ist Dani Easy Alter Dani wie schnell Wachst du Räder Das war keine Das war keine Das war keine Dani Carried Alter ihr Noobs Ne wirklich Ich war sofort tot Es war ein Instagram Kill Ja 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 Instant Ein Instagram Kill Suchen und zerstören Ich weiß nicht aber Instand setzen Das Spiel macht einfach Nein Linguar Laune Linguar Famas wird verboten Famas Wird verboten So Philipp Ich mach jetzt die geilste Taktik Oh nein Warum jetzt kommen die Ich körper hier hülsen Und warte darauf dass einer kommt Machst du eh nicht Macht er auch nicht der Fag Nicht? Alter hier ist einer hart am Kopieren Bist du gucken? Achso Ist der ein Dokument der Ausdrucker? Ich weiß nicht aber Ich muss erstmal gucken wie es mit dem Papiervorrat aussieht Ah ja da haben wir noch einiges Ja ja doch Philipp das war jetzt etwas verwirrend Das war ja Das war ja Anzeige Oh Gott Wo war der? Ich frag mich grad wieso ich nicht gewissert habe Der unter drin in dem Loch Das freil mich auch mal Oh Gott Oh Gott Oh Gott Mach das schlecht Ich hab den Hey ich dachte das kommt von hinten Jetzt sieht mein absolutes Glück Warte Den hat wohl schon reingesetzt Nice Danny Bonnage Ich hab mich da gar nicht umgedreht obwohl ich nach hinten gekriegt habe Hyper realistisch mega geil Aua Man ist super live Achtung für die Flash Du sollst nur mal killen Aua Oh mein Gott Nein wie unnötig war die Flash bitte Für mich war sie hartnötig Fuck you Das sind beide bei B Nein Ich hab einen Marc Beste Fuck Nice Ich werd eingerufen Von Victor Victor sei gegrüßt Wenn du jemals das Video siehst Siehst du eh nicht Ich muss kurz telefonieren Marco Marco du bist eh scheiße Was lächerlich Irgendwie war der Spiel Sound bei mir grad übel leise Ne der ist allgemein übel leise Ja sicherlich Sicherlich Ja easy Suchend und zerstören Das Ziel verteidigen Nein Ich fühle mich schon in der Mitte drüge Ich möchte telefonieren mit Victor Hallo Victor ich gehe grüßt Ich werd' ihn übrigens nachher wenn er vorbeikommt dazu verleiten dass er das Video anguckt Hallo Becker. Hallo Fiktor. Was soll die Scheisse? So jetzt tut man hier konzentrativ geplayt. Das war nicht dein Ernst. Pack dir die Sniper aus. Ich hätte ganz so Bock auf den Suizid. So Bock. Das ist der Shit. Marco die nicht war so krassig. Da ist er doch. Na Marco. Na Danny. Marco der ist bei dir drin. Nee, du musst in Messer rein. Was ist? Hä? Nein. Alter. Alter Marco der ist schlecht. 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 Alter Marco der ist neu aus der Todes. Ich hatte den ... Oh nö. Hallo. Ich darf ihn nicht kurz mit der Tasche durcheinander kommen. Alter, fuck. Auuu. Too hard. Weißt du, Adi? Wenn man Business-Skill hat. Nein, der G-Range kommt, fuck. Ich wette es uns nix mit denen. Keiner sagt, was hinten reinkommt. Der kommt nicht. Keiner sagt was. Hallo. Ja Mann, das ist jetzt bitter. Ja, ich will. Alle halten dich. Und wir sind nicht immer klar mit Schaden. Also, Marvin, du bist in MW2. Folge 4. Ich gratuliere dir. Geiles Ding. Und das reint sich. Und was sich reint ist immer gut. Und das kommt von... Bumokel. Richtig. Und woher weißt du das, Marc? Von dir. Vom Chemie-Unterricht. Ja, und alle so. Hä, woher weißt du das? Ja, woher weißt du das? Ja, woher weißt du das? Nee, wirklich nicht. Das war schlau und so. Boah, das hab ich nie gewusst. Wieso, Philipp? Wieso? Zeig mir einfach warum. Nein! Alter, fick dich, Philipp. Oh, nö. Woher wusst du das? Ey, ich hab den schon seit 100 Jahren gesehen. Das war die ganze Zeit auf dem Ding. Der hätte mich schon direkt töten können. Aber der guckt ihm halt immer immer her. Goddammit. Jetzt fack mir mal was aus. Das machen wir jetzt auch. Mark legt deine Sniper weg. Hab ich nicht mehr am Schlüssel. Aber dafür am Penis. Oh Gott. Oh Gott, nein. Oh Herrgott, ich schäme mich so. Das ist ganz schön windig. Ja, ne. Alter, Philipp ist scho ranzig. Der hat mich gerade richtig. Wir sind beide bei B und Marco. Hat ein bisschen was geschenkt. Und der Philipp käme da oben. Auf dem Häuschen. Auf seinem Hexhaus. Pass auf, dass der mit seinem Besen nicht wegfliegt. Was? Was? So als er nix. Hey, habt ihr einen Abschnitt mit 2 verpasst? Gibt's jetzt Hexen? Das ist ne Mod, weiß ich. Haben wir die drin? Der ist schon ein richtiger Faggot. Und kämpft da hinten. Philipp links. Rechts. Unten. Rechts. Unten. Unter dir. Was ist jetzt? Geh runter! Aber lass dich nicht wegsknickern. Weg. Knickern, Alter. Ne, das darf ich nicht sagen. Okay, ich sag's jetzt. Nimm das S weg, aber das kommt nicht von mir. Von wem dann? Von deinem Zwillingsbruder. Ja, richtig. Ah, okay. Danny, sag mal was dabei rauskommt. Wie? Das war scheiße. Live. Die Spannung steigt. Nicht. Mal. Du hast schon, dass du... Scheiße bist. Das Ding, was... Ja. Wir haben die Runde verloren. Hey, Cam, bro. Oh mein Gott. Wir porten nur. Was? Hä? Ich hab ja gar nicht gekannt. Nein. Nein! Klasse, Klasse. So, jetzt. Jetzt kommt meine Jetset-Gruppe. Also, Klasse. Bei Jetset-Klasse. Das ist halt wirklich Jetset. Das ist immer die Klasse, wenn ich jetzt verzweifeln bin. Nein! Verzweifeln bin. Du musst nicht töten. Hier. Niemass. Ladi, mir. Warum dein Mutter sein so fett? Oh, leu. Mokko. Ich hab den Kanschi... Oh, hinter der Süße noch nicht. Ganz billig. Nein! Oh. Okay, Philipp. Ich streng mich jetzt wieder an. Das kann möglicherweise sein, dass ich da Martyrium drin hab. Danny, sag an. Ja, der war da. Bei Martyrium... Bei Martyrium ist immer schlecht... Bei einem Teamgebraten zu sein. Warte. Das muss ich mal kurz überprüfen. Das kann ja jeder. Hex, Reporte... Ja, ich hab da tatsächlich Martyrium drin. Wieso ist eigentlich immer schon tot, bevor das Ding aufschlägt? Wieso hab ich da Martyrium drin? Weil es MW2 ist, Marco. MW2 ist das beste COD. Finde ich. Okay, weil es COD ist. Weiß COD ist! Oh yeah! Oh yeah! Nein! Bitches, was geht bei euch? Nicht so viel... Aber bei dir... Gib mir... Philipp save mich... Oh my God! Denn ich verpiss mich... Oh yeah, Bitches... Yeah... Nicht im Büro raufrennen... Äh, find ich uncool Mark! F*** dich Philipp! Ja, mei! Ich hab beide angeschossen, aber ihr wart schier tot! und er hat das war ja nicht umschießt da oben war der bisburg bevorte ich habe kein stück aus wo der steht vor allem wenn man entschärfen muss habe ich nicht gedacht dass ich da hoch bin störe da kann ich dir nicht mehr hinlegen ich habe bloß deine birne gewinnen das war ein fehler kurze schlechtwerbung wie bitte witzig was ja bitch better have my money kam bei dem augustöffler der 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 die dafür da liegt die bombe in dem steht schön mit er wird in die andere richtung was machst du ich werde jetzt lieber mal du bist ein solch behinderter ja der ist in dem häuschen das klingt besser nein was tust du jetzt wieso dreht du um nein das darf nicht wahr sein hab ich saved dann ich hätte ihn einfach weg holen und wo an mir vorbeigelaufen ich wollte ein bisschen spielen pink 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 also Marco pink vorteil oder wie es in minecraft immer sagt pink player das stimm ich auch sagen überhaupt warum lacht er so das ist auch nicht so ganz klar aber keine runde leider du hast irgendwie tun dass wenn man einen kameraden schießt dass man selber was abgelegt was das war meine überraschungseinstellung alter und ich renne philip voll vor die flinze und wir meinen ich hasse dich also unten drin der legt sich übrigens wieder hin wie so eine richtig billige schlampe was ich weiß nicht immer noch gar nicht brauche zu töten nein ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin viel gut oh in den ass da ist doch hingefallen da hat sich das gleiche stückchen gegönnt naja oder richtig hart sterb doch mal da hinten da hinten was ist da los 2 war aufklärungsprogramm alle verdammt war und wie stimmt u três alles neben 2 hast du nicht mehr alter Junge auf E Marco auf E Dany nicer wie der Dany gerade nicht gestorben ist man da hab ich aber euch kurz angespülen Hashtag Dany OP Hashtag Notfall Alter what the Ich hasse Mütter zum Prühstück Alter what the Jesus Christ Der Schling Philipp es tut mir leid ich kenn's nicht mehr Was Was Jede Mann die grad losrennen will Jemand anderes hütten kommt da einer von hinten und mess auf mich Die Geldschnaller Unfatze Warum hast du Drohnenstörer drin Ja weil die ist geil Der Komplexschwul Weißt du bescheid Amali Was Danke Marc Das hilft mir was Fabriziert Hashtag Fabriziert Hashtag Ja Mann Ich korrigier das Hä Was was ist Wie geil ist der Ich wollte ein Doppelmesser machen Der hat das aber zuerst auch nicht Der hat das aber zuerst auch nicht geblickt Der hat das aber zuerst auch nicht geblickt Oh du warst das geil Dany hat dich nicht geschmeckt Die sind Sex Ja es ging War sie lecker? Na eigentlich war sie eher so Marc sein Claimor wo sie gut war Was für eine Claimor Weiss auch nicht Ich hasse mich Ich hasse dich Was war denn Du bist so ein dummer Noob Ich hab nur gesehen wie einer vor mich gesprungen Ich hab so ein Messer gedrückt Oh mein Gott Ich hab grad die Predator zünde Welle AFK Nein Nein Wie kann es sein dass du eine Predator hast Äh Weiss auch nicht Die hab ich mit Marco Wenn wir zwei Punkte vorne liegen Das wird verboten Bitch better have your money Bitte was? Die ist der absolute Kackreck Alter Nicht der GTA Remix WTF Da war wohl der Marco bei meiner Claimor Fuck Aber Marco bei meiner Claimor sind scheiße auch damit Ich war zu sehr angehütet das war wirklich Da hättest du so oder so nix mehr gemacht Da hättest du so oder so nix mehr gemacht Deine Mutter hättest du oder so nix mehr gemacht Alle Schüsse getroffen auf jeden Fall Naja die sind nur von dem Feuer dahinter ab Aber die ganze Wie lauf? Wie lauf? Was? Du bist so ein Peck Du läufst mir jedes Mal in Schuss reinkamme Ich töte dich an deine ganze Mutter Die ganze sogar Nicht die halbe Nein Die sind beide in der Mitte Genau Der ist in der Mitte, ich hab ihn geflasht Mhm Alter lächerlich Ja man Marc das war's Niki Guck mal Guck mal Guck mal Da muss der Fuß rot Das war's Niki Guck mal Da muss der Fuß rot Das war's Niki Hä meine Tasche Hä meine Tasche WTF Hä meine Tasche du hätt grad ne Aussätze gehabt Die Hey Alter Wollt nicht mehr Alter ich war grad schon im Arsch Marco ist bei B Und ich war schlecht Nein Der kommt doch von hinten Und der Philipp defuse Andere Seite Andere Seite Andere Seite Andere Seite Andere Seite Andere Seite Was Was Repo Nein Afk Das kann echt nicht sein Alter Das kann nicht sein Ich hitte Ich hitte den an Ich hitte den an Ha Mit wahnsinnig viel Huse Achso ich schätze ich ja aus meinem Teamchat Ne weiss Ne Dani So schlecht Alter Ich hasse mein Team EZPZ Jungs EZPZ Learn to play Learn to fucking play Learn to fucking play Alter Also Gibt's ne abschliessende Worte Lieb euch Auf jeden Fall Bist du nicht mal? Ja doch Freunde 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 der Sonne Ade Das ist ja Ich Belgen Deine Steige Ich Vielen Dank.